Ich bin jetzt da, ich bin der Hausl und wir sind jetzt da im Kreativteam. Und ich soll das Konzept schreiben und wir haben da noch kein Konzept. Bei dem Facebook machen sie ja überall schon Werbung für den Aufbruch und Umbruch, aber wir haben da noch gar nichts. Jetzt hat man mich an den Computer bezeichnet, wo ich mich da gar nicht auskennen. Ich bin ja ein Depp, das gerade. Aber wir haben da im Kreativteam besprochen, was wir schon haben. Wir müssen ein Konzept schreiben für AU. Und ich habe angefangen und das heißt AU. Also das haben wir jetzt schon, das ist fertig, gell? Und dann so, das muss ja blau leichter. Und dann muss man da drücken, jetzt ist weg, gell? Da siehst du es, Gartenvorverkauf, Samstag 28. November und Sonntag 29. November. Jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr im Stadtsaal. Und los geht's mit der Premiere. Haha, mit der Premiere. Ich möchte mal drauf schauen, am Freitag 22. Januar 1930 im Stadtsaal. Ja, das ist ja schön da. Da ist ja nicht der Hock da. Ja, das ist ja das Ding. Leute, das ist der Seehofer. Da gehe ich jetzt mal nahe. Ja, Herr Scott, was wollen Sie denn hier? Grüß Gott, ich bin der Häusel von Aufbruch-Hobrub. Ist der ein Tarsch? Das ist Heinrich, genau. Auf der Pumpe. Grüß Gott, ja. Die hat bloß einen Auftrag für Sie. Ja. Wir haben Aufbruch-Hobrub. Das ist da eine Faschingsveranstaltung. Das kenn ich. Ja, du bist auf der Pumpe. Könnten Sie mir ein Schild in die Kamera halten? Das wäre für das Publikum ganz wichtig. Ich mache doch nicht irgendeine Werbung für irgendjemand. Überhaupt nicht. Ich hoffe ein bisschen. Wenn wir das los in die Kamera halten würden. Aufbruch, Umbruch, Premiere. Freitag 22. Januar 19.30 Uhr. Du weißt nicht, was du da hältst. Und Kartenververkauf ist, ich muss gerade schauen, Samstag 28. November und Sonntag 29. November. Jeweils von 11 bis 14 Uhr im Stadtsaal. Gehen Sie hin, ich mache es auch. Der Morristne hat dadurch ... Gott ist wahr. Wir lieben, ich mache es dir. Über無iliere Alright, bis jetzt den Kurraf sch gridiert.